Herzlich Willkommen bei Schmidt Landtechnik. Heute was über unsere Traktoren. Wir sind einer der ältesten Bronson Händler hier in Deutschland. Wir machen das schon fast zehn Jahre und nachdem Bronson etwas Lieferschwierigkeiten die letzten Wochen hatte, haben wir jetzt wieder mal eine Lieferung bekommen von verschiedenen neuen Modellen. Das sind also die 2021er Modelle. Hier unser F36R. Ist noch Maschine ohne Partikelfilter, 35 PS. Die Maschine werden wir auch bald mit 25 PS bekommen. Hat eine schöne Bereifung drauf, schöne breite Industriebereifung. Mit Stolzgrundloter ausgestattet. Hier haben wir dann das Sondermodell Black Edition. Das ist auch noch eine Maschine ohne Partikelfilter. Ist also noch Abgasstufe 3A. Das sind die letzten jetzt ohne Elektronik. Und hier das ganz neue Modell 6225C mit Abgasstufe 5. Das ist eine komplett neue Maschine. Ein Turbolader. Die neuen Maschinen erkennt man daran, dass wir hier einen Knopf haben, um den Partikel frei zu brennen über eine erhöhte Motordrehzahl. Und die neuen Maschinen haben auch hier einen Knopf für die Zapfwelle, um die zu betätigen. Hier auch ganz neu. Abgasstufe 5. Der 50. Der F50CN mit Kabine. Abgasstufe 5. Hat jetzt den gleichen Motor drin wie der 5025. Ganz neue Maschine. Es ist eine 4 Zylinder anstatt ein 3 Zylinder. Und hier oben dran sieht man auch die Abgasreinigung. Ansonsten ist die Maschine unverändert. Hier haben wir sie stehen mit einer Radialbereifung. Genauso wie der mit einer Radialbereifung und der Black Edition auch mit einer Radialbereifung ist. Bei den F50CN ist die Kabine auch eigentlich gleich geblieben. Was auffällt, ist das neue Armaturenbrett. Hier etwas schicker mit der digitalen Anzeige für Kraftstoff. Auch hier um den Partikelfilter frei zu brennen, wenn er mal verstofft sein sollte. Wie gesagt, eine wunderschöne Kabine für einen kleinen Traktor. Sehr schöner Traktor. Und der Motorlauf des neuen Vierzylinders ist nur eine ganz andere Geschichte wie der alte 13er. Also eine wesentliche Verbesserung bei der Maschine in Lautstärke und Agilität. Auch hier der Knopf für die Zapfwelle in Betätigung. Wir haben manche Maschinen wie den sofort lieferbar. Genauso wie den 62er. Und auch der Black Edition ist aktuell sofort lieferbar. Fragen Sie an. Ist natürlich eine Tagesgeschichte. Wir haben noch sehr viele Maschinen nachbestellt. Hoffen, dass wir die bekommen. Vereinbaren Sie einen Termin bei uns. Gerne berate ich Sie. Sie bekommen auch alle Zubehörgeschichten für unsere Maschinen. Wir haben vom Schneeschild über den Heckbagger, über Greifer, alles Mögliche da, was Sie für die Maschinen brauchen. Wir können Sie auch dahingehend beraten, was in Ihrem Betrieb funktioniert. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.